Willkommen beim Geld und guten Abend. Ein Wohnungswechsel ist für viele ein Aufbruch. Man freut sich auf eine neue Umgebung und vielleicht auch auf mehr Wohnraum. Allerdings muss man aufpassen, dass man bei der Abgabe der alten Wohnung nicht mit hohen Kosten konfrontiert ist. Wenn man zögelt und alle Möbel aus der Wohnung ausräumt, kommen plötzlich auch Wohnspuren zum Vorschein. An der Wand sieht man, wo die Bilder gehangen sind und auf dem Parkett hat es vielleicht Kratzer und Abdrücke vom Tisch und der Essstühle. Noch schlimmer sind Schäden von kleinen Kindern, die die Wände angemalt haben, oder von Haustieren wie Katzen oder Hunden, die mit ihren Krallen Spuren in der Wohnung hinterlassen haben. Was ist beim Wohnungswechsel zu beachten? Was ist für die Wohnungsübergabe wichtig? Und wer haftet genau bei Schäden? Darüber diskutieren wir jetzt mit Hans-Jörg Freund, Generalagent bei der helfe EZIA St. Gallen. Wohnspuren an den Wänden und an den Böden sind nicht zu vermeiden. Was für Reldwege gibt es punktohaftung der Mieter? Wenn es um normale Abnutzungsschäden geht, dann ist es in den meisten Fällen eine Sache vom Vermieter. Der muss mit dem rechnen, dass das gebraucht wird und dementsprechend abgenutzt wird. Wenn es übermässige Schäden sind, dann muss die Mieterschaft aufkommen. Und je nachdem, es hat viele Wenn und Aber in diesem Thema, je nachdem ist dann auch, dass die Versicherung etwas übernimmt, oder eben die Mieterin ohne Versicherung da muss in die Ordnung bringen. Komplizierter wird es, wenn jetzt die Kinder die Wände bemalen oder die Huse einen Kratzer verursachen. Wer haftet da für Schäden? Das ist genau das, was ich vorhin angetan habe. Grundsätzlich haftet Mieter. Jetzt gibt es aber verschiedene Ausgangslagen, dass dann die Versicherungen auch zum Tragen kommen. Ein Stichwort ist, es muss plötzlich und unvorhergesehen passieren, dass eine Versicherung zum Tragen kommt. Als Beispiel, wenn jetzt ein Dreijähriges Kind die Wände vermahlen und da eine ehemalige Geschichte ist, dann kann es sehen oder ist gedacht, dass über die Versicherung abgewickelt werden. Wenn das aber permanent ist, dass die Kinder einfach die Wände vermahlen und damit auch die Eltern eine gewisse Sorgfaltspflicht verletzen, dann wird die Versicherung sagen, nein, das zahlen wir nicht. Oder ein anderes Beispiel bei den Haustieren, wenn es Kratzspuren sind, die permanent sind, weil das Tier in dem Sinne nicht gut gehalten ist oder was dann auch immer, dann ist es nicht gezahlt von der Versicherung, der Mieter muss es aber trotzdem zahlen. Und wenn es eine Spur ist, wo zum Beispiel das Tier verschreckt ist und wegen dem man die Tür gekratzt hat und die einen Schaden genommen hat, dann ist es wieder ein versicherten Fall. Also sehr viel Wenn und Aber und hängt sehr viel zusammen. Wenn man dann sehr genau anschauen muss, häufig sind auch Kratzer im Bad, im Lavaboard oder in der Badwanne. Ist man da zwangsläufig eine Schadenpflichtung? Nein, wie gesagt, wenn es um die normale Abnutzung geht, dann nicht. Wenn jetzt etwas plötzlich und unvorhergesehen passiert, dass zum Beispiel das Parfümflaschli, das Lauer fällt oder so, dann ist es ein Haftpflichtthema, das die Versicherung dann übernimmt. Wichtig ist einfach, dass man da, wenn man in eine Wohnung reingeht, ein sauberes Übernahmeprotokal macht, dokumentiert, was schon gesehen ist, damit man später nicht belangt wird für Schäden, die man nie gemacht hat. Heikel sind beim Wohnungswechsel nicht nur Wohnspuren und Kratzer. Auch während dem Zügel selber kann schnell mal etwas passieren. Wenn man mit grossen Möbeln durch enge Türen jonglieren muss, und man damit wenig Übung hat, braucht es wenig und man beschädigt Wände und Türen oder eine Scheibe gleich im Bruch. Weil die Zügel für viele ein Stress ist, kommt es nicht selten zu Unfällen, sei es mit dem Auto, das man fürs Transportieren braucht oder bei Helfern, die sich vielleicht überlupfen. Wie kann man sich vor den Folgen von Unfällen rund ums Zügel sowohl im Verkehr als auch bei Helfern absichern? Wenn wir gerade bei den Helfern anfangen, dann reden wir von Personenschäden, dann ist es so, dass sie in der Regel Helfer sind, die freiwillig mehr helfen zu Zügel. Und dort kann man davon ausgehen, dass jede Person in der Schweiz entweder via Arbeitgeber oder via Krankenkassen unfallversichert ist und damit ist das Thema erledigt. Wenn es jetzt aber gegen Geld also wirklich angestellt wäre, dann wäre ich als Arbeitgeber in dem Sinne verantwortlich, dass eine Unfallversicherung da ist. Nur die Regel wäre zu sehen, dass dann eher ein Institut der Reisezögelunternehmen dann helft. Und damit ist es für mich auch wieder erledigt, was Personenschäden betrifft. Fahrzeugschäden ist so, dass wenn man ein Auto mietet, ist es geregelt mit der Miete. Und wenn man auch wieder eine unentgeltliche Lösung kann geniessen, dann muss man schauen, dass man vielleicht eine entsprechende Haftklausel drin hat oder das vorgängig geklärt mit dem Vermieter oder mit dem, der das Auto zur Verfügung stellt. Was geben Sie für Tipps, auf was ist, gerade auch im Hinblick auf einen Wohnungswechsel zu achten? Also ich glaube, ein von den wichtigsten Tipps ist effektiv, dass wir das Übernahmeprotokoll da klar aufnehmen, zusammen mit der Verwaltung oder Verwalterin oder so, wo man dokumentiert, was für Schäden bestanden, damit man später nicht irgendwie zur Rechenschaft zogen wird. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass man sich bewusst ist, alles was beispielsweise allmählich entsteht oder alles, was eine Sorgfaltpflicht geltend gemacht werden könnte, ist man grundsätzlich selber verantwortlich, weil man ja nicht die Versicherung dafür einsetzen möchte, dass man nichts sorgfältig sehen muss. Und das ist eines der wichtigen Punkte. Plötzlich und unvorhergesehen hat man Unterstützung der Versicherung und bei der Sorgfaltpflicht ist die Eigenverantwortung gefragt. Nach meinem Wohnungswechsel wohnt man eben in einer neuen Umgebung. An was sollte man da Punkten Versicherungen denken? Punkten Versicherungen ist sicher einmal überprüfen, ist die Versicherung noch a jour im Sinne von Versicherungssummen, haben wir viele Hausraten dazu oder nicht? Und was auch noch etwas ist, was man muss beachten, wenn es beispielsweise einen Kantonswechsel gegeben hat, dass man ihnen die nützlichen Fristen zum Beispiel beim Strassenverkehrsamt die Nummer wechseln geht und die nötigen Anmelde- und Abmeldebescheinigungen macht. Danke vielmals, Hans-Urk, Freund. Zinsen zeigen weltweit nach oben. Wegen der hohen Teuerung haben die Notenbanken die Geldpolitik verschärft und Leihenzinsen angehoben. Auch in der Schweiz sind darum die Zinsen für Hypotheken gestiegen. Wo geht die Reise bei den Zinsen weiter? Soll man angesichts der steigenden Zinsen in Festhypotheken wechseln? Oder fährt man auch künftig mit Saron-Hypotheken günstig? Wir bringen Prognosen und Hintergründe das nächste Mal wieder im Geldenerholsamen Abend. 56. 37. 38. Untertitelung des ZDF, 2020